So, komm ich irgendwie... Warum? Jetzt mal umspan... Ach, weil der kleine Wichser da ist. Ich hab's ja gesagt, der wird mich eh verfolgen. Jetzt geht's mir schlecht. Ja, ich bin tot. Wie soll ich das so schnell machen? Ohne Witz. Ich muss den am besten direkt zerstören, aber ich weiß noch nicht genau wie, ehrlich gesagt. Die sind alle da dran. Die sind alle Granaten da dran. Ich bin tot. Okay. Ich weiß es nicht. Oder warte mal, kann ich meine Kräfte direkt... Pff, keine Ahnung, bei den Granaten verbessern? Nein. Doch, kann ich, mach ich. Ist mir egal, wir machen jetzt noch bessere... Bessere Schockgranaten. Jetzt mal ohne Spaß. Wie kommst denn du dahin? Das geht gar nicht. Wird es dafür an mir vorbeigelaufen sein müssen tun? Haben. Haben. Hier. Tot. Ein bisschen Strom mitnehmen. Warum kann ich dem nicht ausweichen? Das ist so ein Bullshit, ne? Okay, die hab ich jetzt erworben. Die besseren Granaten. Ja, die geilen Granaten. Ja, da wollen wir mal gucken. Das sind so shit rein. Okay. 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 Ich hab keine Zeit für den Scheiß jetzt. So. Ja, ja. Jetzt hab ich's geschafft. Jetzt aber schnell weg hier. Sonst töten die mich. Dann versucht man's halt auf die ruhige und auf die entspannte Art. Und jetzt kann ich zu Sieg gehen. Was auch immer das Mädel gemacht hat, ich glaub ich will's sowieso nicht wissen. Vor allem was er gemacht hat. Also nee, das will ich vor allem nicht wissen. Das will ich vor allem nicht wissen, muss ich sagen. Mir fehlen echt noch ein paar coole Kräfte, dass ich hier sowas leiden kann und sowas da. Da ist auf jeden Fall Bedarf, sag ich mal. Da nicht. Hier bin ich ja geschossen. Wie die letzten Heckenpenner hier. Aber wir sind ja da in diesem kleinen Park, ne? Naja. Sollen sie da mal sein. Kann man das mal machen? Das kann man doch runterlassen, ne? Ah, so. Auf das Ding schießen, gut. Habe ich nicht eigentlich das hier schon erobert? Ich glaube, ich habe das schon erobert. Dieses kleine Teilstückchen. Ich dachte, dann kommen auch keine Feinde mehr. Aber oder erst wenn der ganze Bezirk erobert wurde. Es kann natürlich auch sein, dass dann keine Feinde mehr nachrücken. Und dass er dann komplett clean ist, sozusagen. Naja, müssen wir mal gucken. Ein bisschen fehlt er. Wir haben die Hälfte. Na, immerhin. Du darfst den Agenten die Strahlenkugel nicht geben, Alter. Ich habe keine Wahl. Mein Gott! Weißt du, was sie damit anstellen werden? Besonders, wenn das Pentagon in die Sache verwickelt ist. Es ist die ultimative Waffe. Hast du einen besseren Vorschlag? Jedediah, sie unter dem Sofa verstecken? Nur meine Mutter nennt mich Jedediah. Naja, egal. Hör zu. Ich schlage vor, wir öffnen das Ding und verleihen allen Macht. Es ist die einzige Möglichkeit, uns zu schützen. Tja, ich glaube, dafür ist es zu spät. Hm. Jeder Mensch ist der guten Taten schuldig, die er unterlassen hat. Fünfzehnter Tag. Ich habe die nächste Verteilerstation auf Ihrem GPS markiert, Cole. Ähm, sollte ich nicht nach John und der Strahlenkugel suchen? Sie müssen weiter denken. Jedes Mal, wenn Sie in einem Stadtteil die Stromversorgung wiederherstellen, steigen Ihre Kräfte. So können Sie Ihre Zeit gut nutzen. Ich melde mich, wenn Sie die Verteilerstation am Netz haben. Oh je. Jetzt ist der scheiße. Hm. Ich weiß nicht, wo mein Ladekabel ist. Naja. Das wird er aber schon noch ein bisschen halten. Okay. Na gut. Dann. Leer heißt ja nicht leer per sie, sondern einfach nur, ey, du musst mal bald aufladen. Ich denke mal, so 20, 30 Minuten wird das Ding aber nur noch halten. Ich weiß nämlich gerade echt nicht, wo mein Ladekabel für den Controller ist. Na ja. Macht der nix. So, gut. Dann machen wir das nächste Ding auf. Dann ist das natürlich auch wieder ein bisschen... Na klar. Direkt. Da wird direkt geschossen. Hier. Ah. Ist nicht. Ist nicht, habe ich gesagt. Er stand neben meiner Explosion, aber das war ihm egal. Warte mal. So, ich komme zumindest bis zu dem Auto an. Das macht nicht sehr viel. Den werde ich wohl ein bisschen sehr schwer treffen. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Also Hilfe brauche ich auch, aber... Na gut. So läuft der Hase doch ganz gut. So, der ist tot, alles klar. So, der ist auch tot, alles klar. So gefällt mir das schon besser. Und dann leide ich mich mal auf kurz. Oh Gott, mehr von denen. Ach, hier kommt's. Kriegt er eine Fettgrenade. Das Schöne ist, sind die Haftgranaten, ne? Die kleben schön. Hat für ein Schut. Aber jetzt den hätte ich schön ein Headdy geben müssen. Das wäre natürlich ein Eis gewesen. Machen wir so. So, ein bisschen Strom aus den Autos ziehen. Die haben ja immer noch Strom. Deswegen ist das gar nicht so dramatisch. Oh, 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 da kommen noch mehr. Da können wir was mehr von diesen Burschen. Und irgendwie treffe ich keinen. Das ist irgendwie sehr frustrierend. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe nicht so viel. Ich glaube aber, oh Gott. Ich glaube, so viele Typen, also normale Menschen, Zivilisten, rennen hier auch gar nicht rum. Deswegen so dramatisch ist das nicht, wenn ich mal jemanden treffen sollte. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay, einer steht anscheinend über mir. Na gut. So. Der ist tot. Wo ist denn das? Egal. Ist noch einer über mir. Ich gehe direkt einfach hier hin und dann weg. Okay, tschüss. Hey Meuer, ich bin unten im Kanal. Der Strom sollte bald wieder da sein. Okay. Okay. So, na dann. Machen wir mal. Yes. Oh Mann. Oh Mann. So. Juhu. Cool! Hey. Hast du den Teenie-Checker beobachtet? Er ist nachtlich, der Typ sei ziemlich cool. Doch jetzt lässt er den die meiste Zeit nur über dich. Vielleicht solltest du ihm einen Besuch abstatten. Das würde ich mir zu gerne. Aber keine Ahnung, wo er ist. Wahrscheinlich bei dem alten Fernsehsinter im historischen Viertel. Wenn du ihn findest, verpass ihm eine ordentliche Lektion. Er muss lernen, dass er zu weit geht. So, wer ist wo, was, warum? Ah, hier, Granate. Ich glaub, die geht nicht so weit, ne? Doch, die geht so weit, ja dann. Alles cool. Hä? Ich hab den grad getroffen und getötet, aber irgendwie nicht so. Naja, Erfolg. Pfff. Wat für'n Penner. So. Nicht mit mir. So. 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 Und so. Huiiii. Oh Gott. Das war vielleicht ein bisschen sehr weit, aber. So, ins Wasser. Ne, der ist ganz ins Wasser gefallen. Ich dachte. Doch ist er wohl. Toll, da kann ich nicht durchschießen. Das ist doch ne Lücke, ganz klar. Seh ich doch. So. 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 Wie komm ich wieder raus? Wie komm ich wieder raus? Ne, noch nicht. Achso. Ich bin noch raus. Ja. Ich muss noch ein bisschen, ne? Na, 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 na. Ich will hier nicht weiter. Ich will erstmal hier so stehen. So. So. Wo sind noch welche? Da irgendwo? Ah. Mhm. Okay. Jetzt können wir erstmal ein bisschen weiter. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, wo die sind, aber hey. Das macht ja nichts. So. Ach, im Wasser, da sind sie mir schön ausgeliefert. Ich mir zwar auch, aber hey, das ist nicht so schlimm. Ja, scheiße, was mach ich denn jetzt? Ich muss da ja erstmal lang. Ach, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ja. Damit? Oh Gott. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr kleine Sackgesichter. Ja, 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 ja. Ich weiß. So. Oh Gott. Dann. 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 So, ist das auch erledischt. Und es gibt wieder Strom. Plum plum. Strom. Sehr geil. Juhu. So, erstmal ein bisschen Strom klauen. So sieht es aus. Ja, ich werde bestimmt gleich angerufen. Dann geht es weiter. Cool. Aufgebracht. Hier möchte irgendjemand, dass ich, glaube ich, irgendwas Böses tue. Was ist das denn? Hä? Moment, ey. Hier kann ich es nämlich jetzt auch machen. I like this. Hä? Das wird mir gar nicht angezeigt. Auf der großen Map. Diese verrückten. Wieso liegt der da? Alter, könnte ich mal aufhören, auf mich zu schießen. Ach so, ich muss die scheiß Medikamente auch noch wollen. Ja, geil. Da habe ich ja voll Bock drauf. Na ja, komm, geh weg. Ähm. Ach stimmt. Ich habe da so ein Ding. Da bleiben die kurzzeitig noch in der Luft natürlich. Gas. Ich habe da so ein Ding. Gas. So, anvisieren. Wie hole ich die jetzt zurück? Ach so, die lassen Kisten fallen. Aha. Wo lassen die denn Kisten fallen? Ah, hier. Ach, wo? So. So, haben wir uns das letzte Ding. Geben ihm das zurück. Und dann sind wir ein großer Held. Ja, ja. So ist das halt. Da. Hier, mein Bro. Fertige Zeitlupe, wie er da so rennt und anhält. Das ist schon geil. Ja, ja. Schon ziemlich nice gewesen. Ich verstehe nur nicht, warum mir das nicht angezeigt wurde. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil... Danke. Bitte. Hä? Mit diesen Medikamenten kann ich viele Leben retten. Bestimmt. Oder auch nur eins. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum mir der Scheiß nicht wirklich angezeigt wird. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Voll die Volksverhetzung hier. Schmal, was soll denn das? Ja. Ich kann da auch nichts für. Hallo. Oh, verdammt. So, geh mal weg. Äh, da. Auftragsänderung. Soll jetzt eine Frau namens Sascha schützen. Er forscht angeblich Techniken zur Gedankenkontrolle. Irgendwas mit einem Spray oder Gel. Ich glaube, sie ist sexy und raffiniert. Also muss ich mich in Acht nehmen. Uh, sexy und raffiniert. Miau. Uh, sexy und raffiniert. So, wieder irgendwas mit den Satellites machen. Alles klar. So, jetzt kann ich aber das mit dem Sliden benutzen. Sofern wir natürlich solche Verbindungen überhaupt haben. Ich muss ja, glaube ich, nur an den vorbei, ne? Ich glaube, mehr muss ich gar nicht machen. Das ist ja schon mal sehr schön. So, so, so. Da bin ich. So, nächstes da hinten. Ja, guck mal. Wenn überall so eine Verbindungen sind, dann ist das doch ziemlich geil, weil dann kann ich mich einfach den hier machen. And I like that. Ah, guck, da komme ich nicht so wirklich rüber, wie ich das mir erhofft hatte. Aber na gut.